Dänemark ist ein Land mit stolzen 443 Inseln. Egal wo sie sind, es ist nie mehr als 45 Kilometer bis zum Meer. Das Land hat über 7300 Kilometer Küste. Oder anderthalb Meter für jede Küste. Die Dänen haben ihre Wasserwege schon immer gut zu nutzen gewusst. Die See ist für sie eine Chance und eine wichtige Naturressource. Für einige ist sie eine Schatzkammer, für andere ein Spielplatz. Für viele Dänen ist die See Arbeitsplatz und Erwerbsquelle. Dänemark ist eine der führenden Seefahrernationen der Welt. Die Schifffahrt ist die zweitgrößte Exportbranche des Landes. Und dänische Werften bauen einige der modernsten und umweltfreundlichsten Schiffe der Welt. Dänische Reedereien betreiben eine effiziente und moderne Handelsflotte, die 10% des gesamten Welthandels transportiert. Im Energieverbrauch je Seemeile ist die Schifffahrt viel umweltverträglicher als der Straßen-, Schienen- oder Luftverkehr. Dänische Werften arbeiten ständig an der Verbesserung der Treibstoffeffizienz ihrer Schiffe im Sinne der globalen Emissionskontrolle und der Wirtschaftlichkeit der Schifffahrt insgesamt. Dänemark ist zu den Zeiten der Wikinger eine Seefahrernation und für die Dänen bleibt die See eine natürliche Verbindung zu anderen Völkern, Ländern und Kontinenten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017